Eine Grinia-Verbindung Rina-R ist ein metallorganisches Reagenz, welches nach Viktor Grinia benannt wurde. Für diese Entdeckung bekam er 1912 den Nobelpreis für Chemie. Grinia-Verbindungen entstehen, wenn ein Alkyl-Halogenid oder ein Aryl-Halogenid in Anwesenheit von Lösungsmitteln mit metallischem Magnesium reagiert. Die Grinia-Reaktion, die mithilfe dieser Reagenzien durchgeführt wird, ist eine wichtige Namensreaktion in der organischen Chemie. Bildung Diese Reaktion spielt sich auf der Oberfläche des Metalls ab. Das Magnesiumatom insertiert in die Kohlenstoff-Halogen-Bindung. Im folgenden wird das Halogenbrum benutzt, wobei auch eines der Halogene Chlor oder Iod verwendet werden können. Im ersten Schritt der Synthese der Magnesium-Organischen Verbindung, welcher analog der Sandmeyer-Reaktion ist, wird ein Elektron von dem Metall auf das Alkyl bzw. Aryl-Halogenid übertragen, wobei ein Radikal-Anion entsteht. Wegen der schwachen Kohlenstoff-Halogen-Bindung zerfällt das Radikal-Anion zu einem Organy-Radikal-R und dem Halogenid. Im letzten Schritt entsteht die Grinia-Verbindung. Diese Reaktion wird in nukleophilen Lösungsmitteln, die keinen aktiven Wasserstoff besitzen, wie wasserfreiem Diätöleter oder höheren Ethan durchgeführt. Je zwei freie Elektronenpaare von diesen Ethan-Molekülen sind komplex an das Magnesium gebunden und stellen das zur Stabilität notwendige Elektronen-Oktett her, was in der Literatur hier am Beispiel des Tetrahydroforans so präsentiert werden kann. Lösungen von Grinia-Reagenzien können zahlreiche andere Spezies enthalten, die über labile Gleichgewichte miteinander in Beziehung stehen. Schlenk-Gleichgewicht Hauptartikel Das Schlenk-Gleichgewicht, welches nach Wilhelm Schlenk benannt wurde, beschreibt die molekulare Zusammensetzung der Grinia-Verbindung in Abhängigkeit vom Lösungsmittel. Je nach Lösungsmittel, welches die Grinia-Verbindung in einem Komplex stabilisiert, werden unterschiedliche Strukturen der Grinia-Verbindungen ausgebildet. Eigenschaften Die Grinia-Verbindung hat die allgemeine Formel RMGX, wobei X für die halogene Chlor, Brom oder Iod steht. Dabei fällt die Reaktionsgeschwindigkeit vom Iodit zum Chlorid. Mit Chlorid erhält man eine bessere Ausbeute als mit Bromid oder Iodit. Alkyl bzw. Arylfluoride reagieren normalerweise nicht zu einer Grinia-Verbindung. Sehr reaktive Verbindungen wie Iodit können Nebenreaktionen unterliegen. b. Der Wurzkupplung In der Grinia-Verbindung trägt das Magnesium eine positive Partialladung und das benachbarte Kohlenstoffatom eine negative Partialladung. Diese Polarisierung ist so stark, dass Z. b. Ein nukleophiler Angriff an einem positiv polarisierten C-Atom stattfinden kann. Man kann die Stärke der Polarität durch den Ionencharakter ausdrücken, welcher 35% beträgt. Somit verhält es sich ähnlich wie ein K-Panion und kann somit auch als Resonanzformel dargestellt werden, welche eine ionische Bindung mit Ladungstrennung besitzt. Grinia-Verbindungen reagieren mit Substanzen, welche aktiven Wasserstoff besitzen, wie Z. b. Wasser, Alkohole, Phenole, Carbonsäuren, Thiol- oder Amin-Gruppen. Dies liegt daran, dass Grinia-Verbindungen stark basisch reagieren. In folgender Abbildung wird die Grinia-Verbindung zum entsprechenden Alkan- und Metallhalogenet-Hydroxid hydrolysiert. Verwendung der Grinia-Verbindungen Hauptartikel Bei der Grinia-Reaktion handelt es sich um eine Namensreaktion in der organischen Chemie, welche nach ihrem Entdecker Viktor Grinia benannt wurde. Diese metallorganische chemische Reaktion bei der Alkyl- oder Ayl-Magnesium-Halogenide als Nukleophil an Elektrophile Gruppen wie Z. b. Carbonyl-Gruppen reagieren, dient zum Aufbau von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Einfach-Bindungen. Die Bedeutung der Grinia-Verbindungen liegt darin, dass sie sehr gute Nukleophile sind. Sie reagieren unter der neuen Bildung einer Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung mit Elektrophilen wie bspw. mit Ketonen, Aldehyden, Estern und Nitrilen. Grinia-Verbindungen reagieren mit Kohlenstoffdioxid zu Magnesiumsalzen von Carbonsäuren. Analog reagieren Grinia-Verbindungen mit Schwefelkohlenstoff. Die Hydrolyse der Umsetzungsprodukte mit Kohlendioxid liefert Carbonsäuren-RCO2H bzw. Lithiocarbonsäuren-RCS2H. Bei der Reaktion von Grinia-Verbindungen mit elementarem Selen bilden sich durch eine Insetionsreaktion Substanzen des Typs RSEMG-Exteren. Hydrolyse liefert unter Sauerstoff Ausschluss Selenole. In Gegenwart von Luftsauerstoff entstehen durch Oxidation der Selenole die Selenide. Eine Methode um CH-Azide-Verbindungen in einer Probe mit Grinia-Reagenzien quantitativ zu bestimmen ist die Cerevitino-Reaktion. Technische Bedeutung Früher hatte eine elektrochemische Variante der Grinia-Reaktion, also die Reaktionen von Grinia-Verbindungen eine Bedeutung bei der Herstellung von Tetraethyblei. Einer dem Benzin zur Erhöhung der Klopffestigkeit zugesetzten organischen Bleiverbindungen. In der Synthese von Arzneistoffen und anderen Feinchemikalien wird die Grinia-Reaktion häufig angewandt. Schnell, 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 Schnell. Vielen Dank.